Es ist Weihnachten. Wir sollten feiern, haben sie gesagt. Nur ein kleines Beisammensein für die Angestellten. Ein paar Drinks, ein bisschen Dampf ablassen, nichts Wildes. Frohe Weihnachten, Jeremy. Nette Feier, hm? Das ist eine Kostprobe vom Käse für unsere Weihnachtsfeier heute Abend. Entschuldigung, wie ihr plant für heute Abend eine Weihnachtsfeier? Das könnt ihr vergessen. Gut, ist abgesagt. Hey, Idiot, das habe ich ganz genau gesehen. Ich habe doch gesagt, die Feier fällt 100 pro aus. Ich meine das Tod... Hey, hör auf damit, okay? Ähm, falls ihr heute Abend Geschlechtsverkehr haben solltet, macht das bitte nicht auf dem Firmengelände. Geht auf den Parkplatz nebenan. Macht Parkplatzbabys ohne Ende, Leute. Yep, yep, yep. Oh, bis jetzt. Hey, Santa, hast du noch was im Sack? Oh, 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 oh. Ich liebe diese Firma! Yeah! Ich denke, er wollte schwingen. Hallalala, hallalala, hallalala.